Was ist für mich ein sehr gutes Gefühl, ich fühle mich sehr gut aufgehoben, die arbeiten hier sehr genau und sehr feinfühlig, vor allem haben sie mir alle ernst genommen. Es sind schon zwei Kollegen von mir, die waren auch hier und sind auch alle total bedarstet. Danke sehr. Vielen Dank.